Wer kommt denn da? Niemand. Tschüss. Was? Wo sind denn die Leute hin, die die rechtschaffende Kugel droppen? Die wurde von den Gnollen gefressen. Die Kugeln oder die Leute? Beides in dem Fall. Hm, das ist ja doof. Wo kriege ich denn jetzt meine Kugeln her? Aus dem Aha. Male ich halt eben Mozart-Kugeln weiß an. Oder verpack sie in einem Geschenk. Das waren sowieso immer noch die coolsten Faker damals in Classic WoW. Verkauf ein Epic! Pack sie sogar ein! Wo willst du bitte hin hier? Was willst du hier? Den Flieger holen und dann runterfliegen. Oh, ich kotze gleich im Strahl. Wie viel Damage macht das? Zweieinhalb. Und ein Debuff namens Ekelfakt. Wir können euch zwei Minuten lang nicht bewegen. Was ist jetzt? Wo? Was hast du jetzt gemacht? Du warst... Ja, runtergeflogen. Hier gibt's ne Kuh. Dann komm ich gleich wieder hochgeflogen. Ich nehm die jetzt mal an. Und guck mal, was da passiert. Teil die mal. Wenn an nem Char kein Name, also kein Server-Name drinsteht, dann liest der da von unserem Server, oder? Dann liest der von uns. Dann wisper ich den mal an. Flüstern. Wie schreibt der Pandi? Dude, 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 dude! Hey, hey, hey! Dude, dude! What's jamming again? Ach, wir müssen... Dann waren wir doch richtig am Anfang. Ja, klar! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Die werfen mit Stein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Spinnen. Oh, je, oh, je, oh, je. Füchse, Spinnen und Knolle. Wenn nicht. Sprint. Und ab geht's durch die Horden der Mobs. Holzhacker. Wie geht's? Wie geht's? Was haben wir hier? Hier haben wir früher Termiten aufgesetzt. Und jetzt müssen wir ihr helfen. Seid vorsichtig. Steigt am Segel. Ähm, ja. Zwergschamane hat ja gerade alle umgenutzt. Soll ich helfen kommen? Das ist uns jetzt klar. Ja, ich bin so ein Ponies. Soll ich doch mal hier auf dich warten? Hier sind ganz viele Alis. Kannst du die annehmen? Dann kann ich die schon töten. Angenommen. Pandi weiß nicht, was man dafür machen muss, um eine gildende Unterschrift zu machen. Hast du den mitbekommen? Den tollwürdigen Fuchs? Äh, ne. Gut, dann muss ich hier auf dich warten. Dann jage ich so lange im Nordkommenspinnen Angst ein. Obwohl, das ist auch doof, jetzt hier alles vorzuarbeiten. Wir hinken hinterher. Wir hinken hinterher. Beziehungsweise du hängst hinterher. Hallo, Mr. Hink, komm ein. Bitte, 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 bitte. Das lädt immer noch auf. Die Korps kämpfen hier, die Fragezeichen, Fragezeichen, Alice. Versuch sie zu befreien. Geil, ähm, nicht am, an Dings, äh, wiederbeleben und dann schnell wegfliegen. Und Fliegemeister. Geht das nicht? Äh, ja, die sind ja am Fliegemeister, oder in der Nähe vom Fliegemeister. Und ich hätte zwei Leute, die die Gildenunterschrift machen, die aber die ganze Zeit hier umgenutzt werden. Wir hätten was, oder? Wenn die unterschrieben würden? Nee, noch einen dann. Pass auf, ich reise den jetzt mal. Wir haben hier die Pferde. Wir haben hier Angst, Fies, Lauf, du fürchter in euer Leben. Lauf. Alter, warum kann ich den nicht retzen? Das läuft immer noch auf. Was soll das denn? Was hast du? Ich retz' Pandi. Und werd von den Herdweiler-Wachen umgehauen. Ähm. Alter, ich hab doch gar nichts gemacht. Will doch nur die Unterschrift. Danach bin ich doch weg hier. Hier sind gerade zwei Allys. Auch bei mir. Oh, Mann. Warum? Wahrscheinlich, weil Pandi, äh, irgendwie sich mal gewehrt hat gegen den Eldi und ich ihn geretzt habe und dann. Aber das ist nicht fair. Das ist ja wie bei Formel 1, wenn mir einer reinfährt und ich die Strafe bekomme. Scheißspiel. Hier ist Schurke und Priester ist das, glaube ich. Wo sind meine gildenden Unterschrift-Satzung-Gedönse? Sind die noch da? Ja. Ich mein, die Allys. Oh. Hab mich jetzt gerade in der Burg versteckt, weiß nicht. Die jagen mich. Die Allys. They want to hurt me. Do you really want to hurt me? Alter, fickt euch's doch. So, jetzt fehlt noch eine Unterschrift. Dann haben wir hier die Buffen noch. So, und ihn hier auch noch buffen, weil wir so nett sind. Buffi, Buffi! Man, Bierjägerin. Und mich auch noch buffen, weil ich's kann. Deine Mama buffen. Deine Mama helst. Okay, da. Bleiben. So, wenn man die Feuerwehr nicht tut, dann ist das, oder? Der, was schon mal frei, was schon noch ich die Brille. Beide dann. Und dann bin ich noch einmal, als ist das ein paarincache. Dann bin ich es alt. Und dann habe ich es im ganzen Tag. So, dann bin ich da. Und dann bin ich da. So, dann bin ich das, wenn ich da. Dann bin ich da. Und 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 dann bin ich dann. Und, wie schaut's aus? Äh, jetzt bin ich am Flieger und... Passiert nix, ne? Wo soll ich denn hinfliegen jetzt? Wo bist denn du? Du kannst entweder zu Fuß runterkommen oder zur Stätte der Heiler und dann hochreiten. Wie gesagt, noch haben wir hier Priester und Schurke, die 2-3 Level über uns sind als Gegenspieler. Ja, egal. Wenn ich gleich da bin, versuchen wir mal ein bisschen PvP zu machen. Das Problem ist, der Schurke wird dich umknüppeln. Nicht, wenn er mich nicht sieht. Er wird dich aber sehen. Wenn ich mich hinterm Berg verstecke und ich von weit weg heile. Hier ist es genauso flach wie bei der Laura gerade eben. The bread. Was ist das? 37er Priester und... Kein Schattenpriester, ein Diszi-Priester. Direkt bei dir da, oder was? Wir sind direkt bei mir, ja. Dein Punkt wird schon auf einem Minimap. Wir sind auf, äh, äh, Gefährtenvie-Tiere. Wo bist du? Ah, okay. Die Erdweiler-Wachen werden mich wahrscheinlich angreifen, wenn ich dich heile beim Kämpfen, oder? Ähm, glaube schon. Bleib ich mal hier? Ich weiß es nur nicht. Hier hinterm Ding? Da hinterm Ding, super. Ich kann die nicht angreifen, solange die auf dem Gefährt sind. Wo sind die denn? Aber die können... Aber die können mich angreifen. Die machen die Füchse gerade. Haben die die ganz gestohlen? Soll ich... Wen soll ich denn davon angreifen, den Schurken, oder den Priester? Den Priester hast du doch mit drei... Mit drei Schlägen down. Das ist... Das ist ein Diszi-Priester. Doch, Wayne. Das ist ein Stoffi. Ich bin jetzt nicht in deiner Reichweite, ne? Du huschst von, äh... Äh... Hast du mich jetzt in reichweite? Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Ich kriege den nicht down. Jetzt habe ich auch noch Angst. Hat er Angst? Ne. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ich aber gut gehen können. Ich verstehe nicht, warum die so gut equipped sind. Die haben nichts anderes als ihr. Ja gut, der hatte Schwerter. Ja, aber ich bin ja nicht equipped, von daher. Das hat der Name nichts zu tun. Ich müsste da mindestens so viel rauskloppen wie der andere Schurke, aber ich habe den ja nicht mal angekratzt. Hast du auch auf den Priester gehauen. Das wird schwierig. Mir fehlt halt einfach der Blutungseffekt und... Der Nierenhieb. Die fehlen halt einfach. Wann kriege ich denn den Nierenhieb? Mit 40. Aber Blenden kriege ich mit 38. Das ist schon mal okay. Und Tötung mit 40 auch. Das ist super. Also mit 40 wird es nochmal einfacher. Das ist ein Ding. Aber die sind ja auch noch keine 40. Von daher haben die das auch noch nicht. Ja, dann lass uns jetzt mal gucken, dass wir irgendwie die Quests weiterkriegen jetzt, wo wir hier den Krieg verloren haben. Wir haben den Krieg verloren. Nein, nur eine Schlacht. Nicht den Krieg. Wo sind sie denn hin? Nicht, dass ich hier mitten neben den Rätsel... Ich sehe sie nicht mehr. Also zumindest sehe ich den Priester nicht mehr. Den Schurken werde ich sowieso nicht sehen. Was kann ich für euch tun? Was machen wir jetzt für die Quest? Du vertreibst jetzt erstmal die Spinnen. Wie? Was? Ach, da ist er wieder. Da sind sie wieder. Komm hier nicht hin. Die Gewachen lassen... Äh, machen nix. Was? Was? Quest angenommen. Hier ist WoW. Wald ohne Wildspinnen. Haben die dich weggemacht? Die haben mich weggemacht. Ohne Skrupel. Wie können die dich wegmachen? Du bist unsichtbar. Ne, ich musste mich ja sichtbar machen zum Quest abgeben. Dann kamen Blitze oder geflogen und Dolce. Was machen wir jetzt hier? Quest abgeben. Nordkampfspinnenangst eingejagt. Näher hier aufs Pferd mit dir. Okay. Dann einmal da lang galoppeln. Einmal durch die Spinnen galoppeln und immer Taste 1 drücken. Geht recht schnell. Biern. Biern. Sieht recht lustig aus. Nolle. Ne, du musst nicht absteigen. Du musst jetzt eh wieder auf das Pferd drauf. Das gehört sich so. Wie man reitet nicht ins Haus. Ich reite immer ins Haus. Nordkampfspinnen zum Sägewerk gelockt. Jetzt musst du die anbrüllen mit Blickrichtung zum Sägewerk. Damit die da hinlaufen. Oh, klar. Ich kann das nicht spielen. Wir treiben die Mistviecher zusammen. Lass sie jetzt mal knüppeln. Ich glaube, das langt. Das waren noch mehr als vier, die wir da hingeschickt haben. Ich kann das nicht spielen. Dieser Zauber ist doch nicht bereit. Das läuft immer noch auf. Ich kann das nicht nicht wählen. Dieser Zauber ist doch nicht bereit. Fünf. Hier kommt eine ganze Horde. Die Horde kommt. Kannst du mir ja mal helfen, die ein bisschen zusammenzutreiben. Das läuft immer noch auf. Das läuft immer noch auf. Dieser Zauber ist doch nicht bereit. Das läuft immer noch auf. Acht. Ich hab alle. Ja. Seid gegrüßt. Spinnenblätterkolben. Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Das Licht segnet euch. Und jetzt müssen wir hier noch Füchse töten. Außenrum. Töp. 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 Nein. Equity. Töp.